Hier haben wir noch Anschauungsmaterial, falls ihr es benötigen. Der kleine Becher. Und wenn sie fertig sind, dann kommen sie bitte zu mir. Es ist Starbuck, weil in Kanada ein paar Jahre vorhin ein Bull war, der sehr bekannt ist. Sein Name ist Starbuck. Und ich glaube, er hatte Babys mit ein paar 1.000 Kuchen. Er war dieser sehr ähnliche, gewinnige Bull. Und Leute haben darüber gesprochen. Sein Name war Starbuck. So, Patrick, was machst du, wenn du findest, dass du 533 Kinder hast? Wenn es mir in der Welt passiert, dann würde ich wahrscheinlich für eine Woche verlieren. Für eine Woche. Für eine Woche, zumindest. Und dann wachst du und wachst und wachst, was du machen würdest. Und ich würde das wahrscheinlich genau wie der Charakter. Ich würde mich interessieren. War es ein Tag, die du nie vergessen hast, wo etwas Besonderes passiert? Um... Wenn wir die Szene im Krankenhaus mit dem Baby filmten, der Baby in der Szene war, glaube ich, 18 Jahre alt. Er hat gerade geboren. Und es war in einem Inkubator. Und alle auf dem Set, die ganze Crews, die können ziemlich rowdy und noisier sein, und alles. Aber weil dieses kleine, kleine Baby war auf dem Set, alle waren whisperig. Und alle waren sehr vorsichtig für den ganzen Tag. Es war die gentelste Tag, die ich als Aktuellen hatte. Alle waren tiptoehend. Es war sehr speziell. Und es hat wirklich mit der Szene, wo wir haben, und wir sagen, wie das, weil es ein Baby auf der Szene war. Das war das. Ich werde immer den Respekt für dieses neue Leben, das in der Welt kam. Was würde ein normaler Mensch in so einer Situation tun? Ein normaler Mensch wäre nicht in so einer Situation. The conversation with his dad at the end of the movie, I think was very, very, very touching. And it was even more emotional for me when I saw the movie, because I lost my dad two weeks before the opening of the movie. So, and my dad would have loved this movie. I would have loved it, because I, to be honest, I sort of channeled him a little in my character. There's a lot of my dad in my character. And this great conversation with the dad, who's saying to him, don't worry, people love you. It's gonna be okay. I just love that scene.